Musik Jo Leute und heute mal für euch 3 Dinge die ich hasse ja ich hasse zum Beispiel wenn man auf dem Fußballplatz ist dieses Quietschen wenn man dann also mit schönen Gummischuhen wenn man dann auf dem Fußballplatz ist und der Fußballplatz noch nass geregnet ist und da quietscht das immer so komisch das kann ich einfach nicht ab ja das nächste Thema ist ich hasse wenn man dann geläsern ist das frisch aus einer Spülmaschine kommt also wo man irgendwas noch dieses Gefühl wenn man die Geläser anfasst ich hasse es ich hasse es einfach nur oh nein der Weihnachtsmann ja bleiben wir mal bei dem Thema ja ich hasse das richtig und das dritte Thema ist echt mega krass dritte Thema ich hasse Spinnen von von einer von einem Kanker bin ich schon mal einen Hochturm runtergefallen weil der da oben war wieso und ich hab mir auch nicht weh getan ja das wird jetzt das war jetzt dieses klitzekleine drei Fragen Video ja und schreibt mir mal in die Kommentare dann mal zu diesem Video müsst ihr mir dann mal könnt ihr mir dann mal in die Kommentare schreiben was ich so für Videos machen soll soll ich Pranks machen soll ich anderes machen soll ich soll ich soll ich wieder Fragen beantworten also ihr könnt in die Kommentare schreiben was ihr wollt gell also ich freu mich über irgendeinen Kommentar außer über über blöde Kommentare ja Rot gewinnt das war's jetzt auch mit diesem klitzekleinen Video ciao haut rein euer Neubi 400